Maman, ich weiß noch, wie du mich das erste Mal zum Ballett gebracht hast. Das hat sehr schnell meine Tage ausgefüllt. Und in dem Moment bist du gegangen, Maman. Aber ich habe trotzdem weitergemacht. Es hat mich an dich erinnert. Mich an all diese Jahre zu erinnern und zu denken, dass es vergebens war. Das ist eine schwerwiegende Verletzung. Nach einer Operation dürfen sie lange Zeit gar nicht mehr sportlich aktiv sein. Und das heißt? Mindestens ein Jahr oder wahrscheinlich eher zwei, zwei Jahre. Wenn dein Körper die Basis deines Berufs ist, bist du dazu gezwungen, am Ende zwei Leben zu leben. Willst du jetzt mit dem Tanzen ganz aufhören? Ich habe keine Wahl. Wenn du dich neu orientierst, hast du auch neue Träume. Sie hat mir einen Job bei ihrem Freund angeboten. Gib nicht auf. Du musst Vertrauen haben. Der Geschmack erinnert mich an Musik. Hörst du? Ich habe schon ein Problem mit, also ihr und die Kultur. Darf ich dich daran erinnern, dass ich in der Kulturbranche arbeite? Papa. Ja. Nein. Liebe Mamo, bevor du uns verlassen hast, hast du zu mir gesagt, genieße all die Leben, die das Leben dir schenkt. Spinner, verdammt. Keiner weiß, ob du je wieder tanzen kannst. Heute beginnt für mich ein neues Leben. Heute beginnt für mich ein neues Leben.